Jo Leute, was geht jetzt? Willkommen zu einem Video von heute mit Lucky. Hi! Hallo und tschüss! Jo Leute, wir können in diesem Video nichts schneiden, weil ich kein Schnittprogramm habe. Das tut mir ein bisschen leid, aber das macht ja nichts. Ihr wollt aber heute unbedingt noch ein Video rausbringen um 6 Uhr in der Früh. Wir können halt nichts schneiden, aber das ist ja wurscht, oder? Ja, ja, das ist kein Problem. Wir sagen ja jetzt nicht so ein Wort wie BEEP oder wie BEEP. Genau, das ist alles kein Problem. Und es sind auch echt schon viele Spiele um diese Uhrzeit. Ja, aber warum hast du gar kein Schnittprogramm? Es ist eine lange Geschichte, gut. Ja, erzähl die. Ja, weil ich kein Schnittprogramm habe. Weil ich es gerade nicht bekomme, weil ich keine E-Mail habe. Und nein, ich hole mir nie illegal ein Schnittprogramm. Beleidigen was, nehmen wir auf. Jo Leute, meine Ziele für 2018 sind nicht zu verzweifeln in Minecraft. Dieses Spiel ist absolut witzig. Vor allem die Community in Minecraft ist absolut cool mit Beleidigungen. Ich werde ja bald ein Video rausnehmen mit dem besten Screenshot von Beleidigungen. Ich glaube, das wird absolut witzig. Entschuldigung, eine Frage, wo bist du gerade? Ja, in der Mitte. Ich habe doch gesagt, dass ich Enderperlen Kid nehme. Achso, nur dann. Oh, der Boy hat aber auch irgendeinen... Alter, kannst du wieder aufhören, Video-Oli zu reden, der Boy? Bitte, hör auf. Zum Glück ist er endlich gesperrt. Ja. Ja, aber du redest wieder. Was, echt? Ja, das sagt immer der Boy. Er nennt sich immer der Boy. Okay, das habe ich nicht gewusst. Tut mir leid, das wird sofort zurückgenommen. Puh. Ich will ja nicht Video-Oli werden. Puh. Kannst du bitte diesen... Ah, hinter dir, hinter dir Klopapier! Der leckt komplett rein, Alter. Alter, das ist so easy, diese Runde. Oh mein Gott. Die Leute, ihr könntest mal gerne in den Kommentaren schreiben, wo mehr so Videos hochladen sollen, wo wir einfach nichts schneiden können. Ich meine, das ist ein bisschen blöd, können wir da nichts machen. Aber wie gesagt, wenn man gerade zur Zeit kein Schnittprogramm hat... Alter, wenn der noch weiter rennt. Ich könnte mit Movie Maker schneiden. Das Problem ist dann, ist das Video in 480p, aber das ist ja auch kein Problem. Boah, das ist cool fürs Video, wir spielen fangen. Yay! Geh mal bitte in die andere Richtung. Warum? Willst du den killen? Es ist mein Kill, ich hab den schon fast... Ah. Boah, wow. Das ist richtig cool von dir, dass du den gekriegt hast. Das freut dich überhaupt nicht. Okay, neuer Runde kommt gleich. Warte, jetzt müssen wir uns irgendwie unterhalten. Hey, jetzt kannst du doch nicht schneiden. Ja, überleg dir was. Das ist einfach im Video. Ja. Hast du ein Thema? Was sind deine Ziele für 2018? Ich hab keine Ziele für 2018, auch nicht so unter Druck zu setzen. Also, ähm, meine Ziele für 2018 ist, nicht weiter in die Schule gehen und eine Lehre endlich finden. Sehr gut. Meine Ziele sind weg vom PC und keine Ahnung. Was? Das ist weg vom PC. Nein. Ja, ein bisschen, ja. Nicht zu viel Minecraft spielen. Du meinst das Gegenteil von weg vom PC. Also, in Minecraft nicht quitten. Genau, doch. Ich überleg's mir wirklich von statt jeden Tag, als ob ich quitten soll. Was soll ich aber manchmal nur abgeben. Ja, Minecraft ist absolut lächerlich. Manchmal wirklich. Also manchmal überleg ich mir das wirklich. Ja. Ja, ich... Red, weiter. Ja, eigentlich theoretisch, wenn man keine gute Maus hat, wo man damit reducen kann, kann Minecraft eh quitten. Zum Beispiel wie ich. Ich kann's ja reducen, aber meine Maus nimmt die Klicks nicht an. Deswegen müsste ich mir theoretisch, wenn ich wirklich in Minecraft irgendwas reißen wollen würde, müsste ich mir eine 180 Euro Maus die Rocket Cone wieder kaufen. Äh, 80 Euro Maus. Minecraft ist eigentlich fast ein Pay-to-Win-Game, könnte man sagen. Ja. Ja. Ich meine... Meine Maus... Ich kann reducen, aber meine Maus nimmt die Klicks nicht an, deswegen kann ich gegen keinen Reducer was machen. Also, das ist halt lächerlich. Ja. Wer hier bisher geschaut, schreibt jetzt... Was schreibt der für ein Hashtag in die Kommentare, wer bisher geschaut hat? Hashtag, ich hasse Reducer und bringt den real-life rum. Okay. Nein. Das ist kein Video, jetzt kann ich keine Werbung mehr schalten. Ah, ja, Leute. Ich kann bald Werbung schalten. Hä? Ja, wirklich. Ohne Spaß. Also, YouTube hat mir gesagt, ich kann bald Werbung schalten. Ich weiß noch, ob mir das erlaubt. Haben sie mir geschrieben. Ist genehmigt. Ich kann da auf genehmigen klicken. Du kannst das jetzt machen? Schon? Ja, es dauert aber noch einen Monat, falls ich das aktivieren will, aber mache ich nicht, weil ich in Ehren bin. Mach doch. Einmal am Anfang und einmal ganz am Ende. Ja, das finde ich eigentlich vollkommen unklimit. Solange es nicht mitten im Video ist und ein Satz unterbricht oder wegen so eine Scheiße, was ich richtig hasse. Einmal am Anfang ist, finde ich so scheißegal. Ja. Ich will nämlich wissen, was YouTube da macht. Das rankt ja nämlich alles viel höher und ich werde viel, viel größer länger, ich werde viel schneller größer und bin dann der größte YouTuber auf der Welt und ja. Die Runde startet bald. Es tut mir so leid. Die Hälfte ist einfach nur Lobby. Ja. Äh, pscht. Hast du schon einen Titel? Brauchte ich einen Titel? Sag irgendwas komplett komisches. Ähm. Äh. Ihr macht doch einfach das als Titel. Ähm, äh. Okay, äh. Okay, passt. Perfekte. Dankeschön. Ähm. Punkt, Punkt, Punkt. Äh. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist doch das beste Titel im Titel. Okay, passt. Mach ich dann. Perfekte. Gut. Abonniere, äh, Abo, 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 Beat. Oder manchmal nicht. Jeden Tag anders. Ist halt manchmal so. Schau, jetzt hat man noch mehr verlassen. Jetzt kann man noch mal. Geh in eine andere Runde. Schnell. Ja, es ist einfach ein anderer Spielmode. Sondern einfach 1-G-1 spontan. Ich muss einfach das einfach gar nicht geben. Gar nicht. Was? Nein, lass dich da überwinden. Nein, lass schnell irgendwas anderes. Überleg dich schnell was. Warte mal. Bad Wars, äh, ist nirgends irgendwann drin. Nicht Bad Wars, bitte. Ich hasse Bad Wars. Jetzt gerade. Ich hab zu viel CW gespielt. Quartz ist auch nirgendsowit drin. Äh. Tut's mir so leid. TTT ist einer drin. Wenn sich das hier anschaut. Oh, TTT, das wird ein Spaß. Yay. TTT. Yay. TTT. Geh, geh in Ganggame. Ich glaub das ist das perfekte Spielmodus. Ganggame? Wie willst du da irgendeine Runde oder sowas nach Ganggame? Ist das sowas von langweilig? Ganggame ist richtig cool. Also schreib mal Hashtag Ganggame in die Kommentare. Schreib mal Hashtag Lobby in die Kommentare. Wenn wir auch von in der Lobby rumrennen. Das ist einfach so blöd. Wir können nur 1 gegen 1 spielen. Survival Games? Auch niemand? Quick Survival Games? Ich könnte das Video ja schneiden. Also ich könnte jetzt sagen, jetzt ist das Video auch so. Das Problem ist, sobald wir weiterreden, endet das Video einfach nicht. Dann werden wir einfach weiter. Film und ewig. Äh. Wir können jetzt nicht einfach Ganggame führen. Ich stelle einfach, dass es wieder dauert. 32 Minuten. Wir sind jetzt gerade 6 Minuten, wo wir einfach nur 4 Minuten, 5 Minuten in der Lobby sind. Okay? Ja. Aber alles gut, Bro. Ist ja kein Ding. Ähm. Sind wir nicht hobbelos oder so? Nein. Wollen wir vielleicht alles gegen 1 spielen oder irgendwas? Ja, spiel einfach 1 gegen 1. Ich will aber nicht 1 gegen 1 spielen. Mgisch oder 1 gegen 1. Super oder 1 gegen 1 oder C oder 1 gegen 1. Äh. Wollen oder 1 gegen 1. Wollen oder 1 gegen 1. Es sind 222 Spiele aufgekommen. Da musst du irgendwas... Ja, aber es... Geh doch mal... Mach doch mal mit Labymod diese Anzeige, dass du siehst, ob irgendwer in einer Runde drin ist. Lass doch kriegen auf der Leader spielen. Kriken auf der Leader? Ich habe noch nie gehört. Weißt du, was ich meine? Letter, ja. Guck mal, guck mal, ob irgendjemand... Wer will ins Video? Habe ich gerade im Weichstab gefragt. Tut mir echt schon leid. Irgendwie bin ich crazy drauf und irgendwie lag die Lobby komplett. Sorry für die Lags gerade. Wir gehen jetzt in King of the Ladder. Ja, da sind heftige Leute. Ihr seid alle im Video drinnen. Gönnt euch. King of the Ladder. Okay, jetzt brauchen wir richtig, dass wir im Video sind. Ich weiß, das sind alle Hobbylos, so wie wir. Prümmel. Hallo, ihr Hobbylosen. Zeig mir, ihr seid alle im Video drinnen. Ihr seid alle im Video drinnen. Hobbyloses Video 2019. Und es heißt, der Titel heißt? Der Titel heißt M. Einfach auf YouTube suchen. Und dann M.O.S. 46. M.O.S. 46. Die hören mich nicht. Ich bin King of the Ladder, Alter. Hey, der nervt mich. Der fuckt ab. Was ist denn mit dem? Der will mich einfach töten. Ich hab nichts gemacht. Der will mich einfach töten. Das ist ja irgendwie aggro. Bitte gewägt. Hey, was ist mit dem? Alter, ich bin sowas von King of the Ladder. Oh mein Gott. Komm, okay. Jetzt machen wir mal irgendwas anderes. Gut. Ich hoffe, ich hab heute den Schnittprogramm, damit ich bald wieder coole Videos vor euch schneiden kann. Und ja. Was soll ich noch sagen? Du kannst mir das Video einfach schicken und ich kann es schneiden. Aber. Hallo. Das wäre doch nicht mein Kanal. Wir sind doch. Hä? Was ist jetzt? Ich wollte nicht in diese Runde gehen. Hilfe. Hilfe. Hä? Bist du nicht mein King of the Ladder? Hallo? Nein. Ich will was anderes spielen. Ja, dann spielen wir halt einfach eins gegen eins. Okay, ich spiele schon gegen eins, gegen eins, schnell. Das ist richtig, ob wir los. Gehen eins gegen eins, schnell. Ja, das ist cooles. Dingsbums. Nein. Was machst du jetzt? Keine Ahnung. Das klingt nicht so aggressiv. Ja. Perfekt. Das ist auch mal ein Schock. Nein. Aber ohne FNS. Ohne Feuerzeug. Ja, das können wir machen. Feuerzeug ist absolut abgefangen. Oh ja. Mit Bogen oder ohne? Egal. Stopp. Hä? Stopp. Alles gut. Das ist ein Spaß. Dann wehe, du triffst nicht. Wenn du mich einmal triffst, dann... Ah! Ich habe zu wenig Leben, um gegen dich jetzt gerade zu kämpfen, Lucky. Geh, geh. Das Video nehme ich doch nicht. Das ist ein Spaß. Ja, das ist ja so geil. Ich gebe ihn einmal. Und in das Video einfach nicht. Na gut, er will mit der Wiking nicht spielen. Na, guck, ja. Ich spiele es mal. Na, ja. Ja, was ist? Na, schnell, schnell. Auf den Arschneid ein bisschen. Ha, ha. Es tut mir so leid, wenn er das Video sieht. Es sind da 9 Minuten. Scheiße, ich will nicht 10 Minuten. Schnell. Mach irgendwas. Töt mich schnell. Ja, ich töte dich. Ich töte dich. Ich glaube, Lucky hat angemacht. Absolute Ranger. Der Mann hat angemacht. Okay, Leute, wir sagen, was ist denn mit diesem Video? Schön, dass ihr dabei wart. Und ciao, hat's dran. Lass gerne ein Abo und ein Like da. Ciao. Wir sollen noch irgendwas sagen. Noch 5 Sekunden. Schnell. Ja, äh, lass ein Abo oder vielleicht sogar ein Like da. Ich kann nicht lustig sein. Ich bin nicht so spontan. Tschüss. Tschüss. Hab ich lieb.